Ich finde auch schlimm, wie auf den Tür ist, dass das Haze-Jetai-Dakon hier draufsteht. Keder, bitte machen Sie Ihre Selektion. Spätergranaten. Danke für die Wahl-Wap. Ich finde es schlimm, wie es ein Granatenmagazin ist und es sind drei einzelne Granaten einfach. Wo bist du gerade? Hier im Wasser. Ah. Wie man ja nicht das Wasser berührt. Ich muss gleich über die Tische hüpfen, hier. Ich habe das Wasser berührt. Ich sterbe. Wo bist du jetzt? Guitar spielen. Ja, es ist toll. Es reicht. Ich habe einen Block gefunden. Okay. Einhören? Ja. Willkommen in der Kolonie Detator. Ich bin froh, dass wir hier endlich ein paar Regierungsfraktionen bekommen haben. Der Akzesskode für die Kontrolle ist 92643. Hier ist eine succesvolle Kooperation. Gut, jetzt können wir wieder ganz nach oben. Da in die Mitte da. Ja, und dann können wir uns erstmal noch weiter umsehen. Ja. Ah, hier ist noch eine Upgrade-Station. Mhm. Und Wartung auf 6. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe trotzdem getan. Mist. Das war jetzt so unnötig. Eine Flex-Reaktion. Bah. Hacken brauche ich nicht noch höher. Reparieren brauche ich nicht. Modifikationen brauche ich auch nicht noch stärker. Ich könnte es mir auf 5 machen. Kann ich aber gerade eh noch nicht. Für den Charakter selber. Aber... Oh. Au. Habe ich dich getroffen oder hat er dich getroffen? Der hat mich getroffen. Ich wollte eigentlich mich gerade beschweren, dass er so sinnlos durch die Gegend schießt hier. Aber... Haha. Ja, sorry. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe mich dann umgedreht und habe auch sofort geschossen. Aber... Naja, sofort im Sinne, wie ihr was von mir kennt. Ich habe erst mal... Oh. 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 Hm. Soll ich jetzt schießen oder nicht? Kommt eigentlich gut klar. Aber ich mache keinen Schaden. Hm. Jetzt steht er mir im Weg. Hm. Jetzt nicht mehr. Vielleicht soll ich doch mal schießen. So. So in der Art. Okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen ganz durchgeschaut, oder? Ach nee, hier war ich noch nicht. Jo, Küche. Ja, so ein bisschen, ne? Übrigens nebenbei. Ja. Ich habe mir gerade noch einmal... Meine Wendigkeit einmal erhöht. Ja. Um einen Punkt. Jetzt lege ich hier noch Stärken durch die Gegend. War nicht die erste Lägerste. Will ich nicht machen? Doch, war es. Ich finde das cool. Okay. Einfach nur, weil... Ich meine... Ich bin UNN-Soldat. Ist doch scheißegal, dass Usain Bolt gegen mich keine Chance hat. Mhm. Ich bin gar kein UNN-Soldat, oder? Äh... Doch, ich glaube schon. Ja, wir sind die Verstärkung. Genau. Ah, ja. Äh, hier ging es hoch. Genau. Diesmal habe ich keinen Schaden gekriegt von der Wand, ne? Ja, weil ich im Weg stand. So, Zahl. Zahl. Ich hoffe, mir fehlen zu geben. Zahl. 9, 2, 6, 4, 3. 9, 2, Kichern, 6, 4, 3. Hm, ach da hinten geht's auch noch weiter. Dieser Raum macht so viel Sinn. Keine Ahnung. Hier ist dunkel hier. Mhm. Bist du? Hinter dir. Ah, ja. Aber ich schau mal, hier hat der Baum das Loch reingeschlagen. Warum? Ja, da wurde doch voll erzählt, dass hier im Crew Deck der eine Baum das Loch reingeschlagen hat. Ah, genau. Richtig, ja. Und hier muss die Batterie rein. In the charge power cell. Haben wir eine... Leere Batterie. Echt? Du hast eine Batterie schon gefunden? Nee. Deswegen fragte ich gerade. Wollten wir vielleicht nicht rausspringen? Wollte ich auch nicht. Ich wollte nur auf die Kante springen und dann, ähm... Wenn ich aus dem Stand losspringe, springe ich ja trotzdem 3 Meter weit. Cool. So unglaublich cool es auch ist. Kannst dir nichts gegen sagen, aber... Naja. Gut, wo kriegen wir jetzt eine Batterie her? Äh, keine Ahnung. Mal durchschauen einfach überall. Müssen wir wohl. Der Asegenerator merke ich immer noch nicht. Der kann ich nicht mal tragen. Da hab ich so... Also hier ist die Batterielade-Station wenigstens. Ja, ja. Ja, ja. Ach, hier, äh... Ja. Garage. Draußen auf dem Innenhof. Moment. Nehmen an, hier ist ohne Batterie. Ja, ja. Sollte wir die Treppe runterfliegen. Moment. Das ist wirklich so unglaublich lächerlich. Au. Ich hier die Treppe runterfliege teilweise, ne? Wenn du damit klarkommst. Ach, da geht's rein. Ja. Wirkst du. Wo ich stecke? Ja. Im Lüftungssystem. Ach so. Ah, ich bin aber in den Lagerraum angekommen. Mhm. Oh, relativ. Und lock. Jetzt? Jetzt. Ich hab mein Raumanzug an. Bist du auch voll aufgeheilt? Nicht, nicht. Soll ich vielleicht mal tun. Vorsicht. Du musst nur eine Batterie finden, weißt du, ne? Ja, ja. Ach, nö. Hier ist noch ein Vieh. Äh. Wo? Hinter dem ganzen radiotiven Kram. Moment, die kommen nochmal runter. Andere halt dauern. Ich bin ja nicht so schön wie du. Und du willst mir deinen Rampasta nicht geben. Ich hab ihn tot gemacht. Ist tot. Oh, okay. Bist du schon durch. Ja, durchgerannt hab ich's. Durchrennen hab ich geschafft. Aber ich hab's dann nicht mehr. Durch, durch, also auf 30 Leben komm ich ja locker durch mit, mit den Schuhen. Okay. Was ist das Problem? Aber ehrlich, wenn die Andersson-Schwestern wirklich wüssten, dass er auf Männer steht, ne? Hm. Don't even ask. Bist du, bist du durch da, oder? Anti-Strahlung, ja, ja. Batterie. Gleich zwei. Hm. Kann nicht schaden. Wir brauchen noch beide. Wirklich. Keine Ahnung. Soll ich denn die andere nehmen, oder? Ich hab jetzt beide. Wo bist denn du? Äh, in dem Raum und ich komm jetzt wieder zurück. Ah, okay. Okay. Nee, mach auf. So. Kurz moment noch. Ja. Bringt nicht viel. Die Explosionen greifen nicht mehr über, wow. Ich mach auf andere Fässer, das wurde langweilig. Hm. Also, wo bist du? Ich bin schon wieder in den Schächten. Ah, direkt, wo war das nochmal? Hm, ab dahin. Äh, ich weiß, wo das ist. Okay. Ich bin nur gerade einmal am Kreis gelaufen. Okay. Da geht's lang. So, wo bist du? Im Innenhof. Wieso hab ich die Granaten denn nicht mitgenommen? So. Au. Erstmal mit dem Kopf vor die Wand. So, hier lang. Äh, ja. Moment. Ich warte hier auf dich. Hier lang. Fast wo? So, und dann mussten wir... Hoch. Ja, ja. Hoch war doch zurück, oder? Alles zurück, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hoch war zurück. Okay, ich krieg Schaden, wenn ich die Treppen hochlaufe. Vorsicht. Muss ich langsam machen. So, antik. Tuttle Bay. Ich muss nur den Weg fänden, ne? Ähm. Hier eins runter, mein ich. Das ist möglich. Ja, halt mich auf, danke. Oh, nee. Cool, kommt hier rein. Noch eins runter. Erster. Doch nicht. Das war ganz oben. War es ganz oben. Gut. Immer noch. Da geht's hoch. Um hier den richtigen Weg zu finden. Hm. Ach ja, hier war ja der, ähm, Hilfsangsschacht. Äh, ja. Nee, warte, er hat, äh, hat einem, glaub ich, gar nicht geholfen, der Schacht, oder? Nee, nee, der führte einen ja nur unten. Ja, er bringt mir nichts. Komm wieder hoch. Okay. Mein. So schnell bin ich in meinem Bild, man hat nie Leiter angeklettert, ne? Wo war das? Wierig, 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 wierig. Wartel war es nicht so viel, ist klar, oder doch? Und, äh? Nee, wir waren, ähm. Oder war es in einem anderen Gebäude, wo es hochging? Ja, Moment. Ach, ja. Klar. Ja? Das war der exacte XP-Gebäude. Ah, siehste. Da geht's runter. Und Treppen fliegen. Ey. Wenigstens kann man sich hier nicht so gut verlaufen, weil das hier, das ist hier echt eine schöne, übersichtliche Map. Hm? Ach, die Tür ist zu. Okay. Wann da wohl die Roberts rausgekommen sind, ne? So. Und da hinten müsste es irgendwo hochgehen, ne? Genau. Was ist? Wie? Wir kommen gerade nicht hinterher, wie du vielleicht merkst. Ich bin da, wo die Batterie hinmuss. Gut, jetzt muss ich dann noch hinkommen. Deswegen wollte ich, als ich die Batterie habe. Komm, ich komme dir mal entgegen wieder. Äh. Äh. Ah, hier. Bist du denn gerade? Ja, ja. Ja, hier. Ich hab's gefunden. Bin hinter dir. Gut. Wie lange fragt sich nur? Bin vor dir. Ja. Will dazu. Okay. Pottabee Station Wrecked. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst mal umschauen. Hier ist nichts weiter. Alles kaputt. Darf ich dann? Naja, mach du nur. Es ist echt verkehrt. Es? Doch, bei mir sprichst du gerade die Abstoßsequenz. Bei mir nicht. Okay. Ach doch, jetzt. Ende. Ende. Das war nochmal schön. Diese Endsequenz, ne? So. Peng. Ende. Oder? Ja. Aber die Schordernlache hinten... Also das Schordern war hinten gut eingebracht. Das hat nochmal so'n... So'n... Baaah. Wird eingebracht wieder. Mhm. Gut, dann, ähm... Bis da... Bedanke ich mich bei denen, die es wirklich geschafft haben, sich ihr Hirn so lange zuzudröhnen, um hier noch mitzuschauen. Weil, ganz ehrlich, das war größtenteils echt nicht unterhaltsam. Und wenn doch, dann... Ja, danke und so. Ja, ja. So, als nächstes müsste dann die UNN Nightwalker kommen. Noch mehr Sessor Schock. Yay. Noch mehr Probleme. Und danach kommt die UNN Solaris und danach kommt der Urlaub. Die Web heißt wirklich Urlaub. Das ist nicht schön. Aber erst später. Nein, das wird jetzt alles nacheinander aufgenommen. Und wenn wir bis morgen nach mal nachher sitzen. Dann haben wir das erste erst fertig. Ja. Übrigens, nein. Ich hatte so'n schönes Ende hergestellt. Jetzt musst du alles versauen, ne? Ja, ja. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja, tschö.